Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch die Mark Gebauer Lifestyle GmbH. Ich möchte an diesem Black Friday nicht nur verkaufen, ich möchte jede Menge verkaufen. Eure Aufgabe ist es, an diesem Tag alles rauszuhauen, was noch da ist. Die Zahlen von letztem Jahr müssen getoppt werden. Dafür brauchen wir nur die Hilfe von einem Mann und den werde ich jetzt anrufen. Herbert, wie geht's dir? Ich habe die ganze Crew gerade hinter mir sitzen und eine Riesenansprache gehalten. Ich brauche deine Hilfe für den Black Friday. Ja, okay, was hast du denn vor? Wir müssen letztes Jahr auf jeden Fall noch toppen. Das heißt, wir müssen mehr verschenken und mehr rausgeben an die Community. Schaffen wir das? Mark, ist es dein Ernst? Wie sollen wir das machen? Herbert, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Jahr alles toppen, was wir letztes Jahr geleistet haben. Und einfach die größten Deals für Uhren, Parfum und alles andere raushauen, was da geht. Bist du mit an Bord? Na gut, ich schaue, was sich machen lässt. Hattet ihr eine gute Woche? Ja! Wir haben Großartiges geplant für diesen Black Friday. Dank Herbert Stricker und meiner Wenigkeit werden wir die größten Deals, die wir jemals gemacht haben, an diesem Tag realisieren. Und ich hoffe, ihr alle seid bereit dafür und freut euch darauf, wenn wir Uhren minus 30 Prozent reduzieren. Rolex, Patek Blieb und MAPG, alles wird mit dabei sein. Und Parfum. Wenn einer einen Duft bestellt, bekommt er einen umsonst. Welchen Duft entscheiden wir, aber es gibt was umsonst. Und, könnt ihr euch das vorstellen, jede 30. Bestellung ist komplett umsonst. Und sonst, so gab es sowas schonmal unglaublich, sowas gibt es nur hier an Black Friday einzigartig auf der gesamten Welt. Das Ganze gibt es nur einmal im Jahr und jetzt lasst uns Shopify auseinander leben. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum wir das Ganze machen. Wir wollen euch an dieser Stelle danken für dieses großartige Jahr und das Beste für die Community rausholen. An diesem Tag werden die Uhren so stark reduziert, dass es selbst günstiger ist als der B2B-Preis. Von daher, ich freue mich drauf, wenn ihr zuschlagt und falls irgendwelche Fragen sind, ist der Live-Chat natürlich aktiviert. Und wir freuen uns auf euch. Seid bereit für die größten Deals in diesem Jahr, Black Friday 2021. Let's go!